Hallo, ich bin Patricia Rissmann, Tanzlehrerin aus Berlin. Ich zeige den Papaya-Dance, den Papaya-Tanz nach dem Papaya-Song von DJ Hayopay. Es ist ein leichter Tanz und ich zeige es ohne Musik. Es ist also ein ganz leichtes, langsames Tutorial. Wenn es spiegelverkehrt ist, ich sage nochmal dazu, es ist immer erst rechts und dann linke Seite. So, ich zeige die Schritte sehr langsam. Man kann auch ein bisschen mitsingen dabei. Nach rechts. Viermal. Also nur die Arme sind beschäftigt. Jetzt kommt Ding, Dicke Dong, Dicke Dong. Anderes Musikteil, ein Neidfieberteil. Eins, zwei, drei, vier. Linke Seite. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die rechte Hand, und zwar den Zeigefinger drehen. Wir drehen uns links rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zurück. Anderer Arm. Rechts rum drehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt kommt wieder der erste Teil. Und der ganze Teil wird komplett wiederholt. Viermal. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein, vielmal. Eins, zwei, drei, vier. Dicke Dong haben Sie wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann kommt wieder der erste Teil. Viermal. Es gibt auch eine Fassung, da kommt es sechsmal. Kein Problem, wenn man hört, dann kommt immer dieser Teil. Ganz am Schluss gibt es noch einen anderen Musikteil. Der ist ein bisschen jessiper. Und dann machen wir die rechte Hand, drehen wir von überkreuzt nach außen. Zwei Achter. Andere Seite. Jetzt gibt es in dem alten Original, ist es dann zu Ende, bei den Papaya-Dans, bei der neueren Version. Kommt wieder. Und zwar sechsmal. Viel Spaß beim Üben.